Heute stelle ich euch Attila Gumm vor. Attila bezeichnet sich selbst als ÖGS-Trainer, ÖGS-Influencer, finde ich sehr geil, und Unternehmer. ÖGS steht für österreichische Gebärdensprache. Attila ist also Lehrer für Gebärdensprache. Und wenn man sich seine YouTube-Videos ansieht, ist es für Hörende etwas gewöhnungsbedürftig, lässt man sich aber darauf ein, es ist ziemlich cool, weil man quasi im Vorbeigehen einige Gebärden lernt. Und das ist ziemlich cool. Auf Twitter und Instagram ist es völlig wurscht, dass Attila nicht gehört, weil es eine einfach coole Socke und eine interessante Persönlichkeit. Warum? Reinschauen lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.